Dann machst du Pakete auf. Jetzt. Wir haben drei Pakete. So billig eingepackt, Alter. Ist auch aus China oder so. Äh, von wem ist das? Oh, eine kleine Sinanfigur. Wer hat mir das geschickt? Noch eine Figur für meine Vitrine. Dankeschön. Was war im 24. Tisch mit einem Adventskalender dabei? Ich hol's gleich. Ich hol's gleich. verloren gegangen. Kuka, dankeschön. Schau sie dir an. Hallo, ich bin eine kleine Sinon. Was geht ab? Voll schön. Dankeschön. So. Zeinpakete haben wir noch. So. Jetzt einmal 100 Kurvenruf gewesen und mal umgedreht, dass man die Adresse ja unten hat. Ah, ein Gruß von Georg. Liebe Grüße aus der Schweiz und viel Spaß mit dem Eimer. Oh, oh, soll ich das zum Seife selber machen? Leute, wir können Seife selber machen. Dankeschön, Georg. Die Figur hat noch Flügel. Hä? Wo waren die denn dann? I found them. Ups, Alter, die werden fast im Müll gelandet. Awww. Hab ich die richtig dran gemacht? Ja. Awww. Jetzt ist sie noch viel cooler mit den Flügeln, Alter. Das sieht richtig schön aus. Sieht richtig premium aus. Jetzt ist eine richtige Premium-Figur. Dankeschön. Und dann können wir auch für die Seife, Georg. Wir machen bald coole Seife. Ich wollte so Seife selber machen. So gießen und so bemahlen. Ja. Und ein letztes großes Paket haben wir auch noch. Das ist sogar ganz schwer. Und wer ist das? Ein Gruß von Thomas. Viel Spaß damit. Welcher? Was ist das für ein Twitch-Name? Wer bist du? Es ist ein Grafiktablet. Wir können bald Hentais malen. Ich bin bereit. Alter, ein Karton. Im Karton. Im Karton. Also langsam. Das ist so cool. Ich wünsche mir mal ein Grafiktablet haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde es so gerne heute. Ich würde es so gerne sofort ausprobieren. Aber bis ich das angeschlossen und installiert habe, vergeht bestimmt eine Stunde. Und dann ist es eine Stunde langweiliger Stream. Ich hatte schon mal ein Grafiktablet, aber ohne Display. Und ich kam gar nicht damit klar. Ich habe wirklich lange geübt. Aber ich kam nicht damit klar, quasi im Bildschirm die richtige Stelle zu treffen, wenn man das nicht sieht. Das ist einfach für mein Gehirn nicht funktionabel gewesen. Aber mit dem Bildschirm kann ich mich erfolgen, als ich das hinkriege. Und ich bin so mega happy. Vielen Dank nochmal, Thomas, für das mega, mega geile Geschenk. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Was war im Adventskalender mit 24 drin? Die Frage der Fragen. Es kam jetzt vor zwei Tagen an. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr bereit seid zu sehen. Seid ihr bereit für was ich im 24. drin hatte? Es ist so seltsam, aber ich feiere es. Aber es ist so seltsam. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Das ist so absolut krank. krank. Aber ich was ich halt einfach mega lustig finde. Ja. Ich feiere es. Es ist halt komplett seltsam. Da wird das aufgehangen bei mir im Wohnzimmer einfach. Da Melilla da reinkommt und sich sagt was zum ist das? Und ich sage keine Ahnung. Aber ich liebe es. Ich liebe es.